Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie kann ich mich davon befreien? Ich sage dir, wie du es machen kannst. Ers Engel Jeremiel begleitet dich auf deinem Weg in ein erfülltes Leben. Sein Name bedeutet die Gnade Gottes. Er hilft dir beim Rückblick deines Lebens, damit du deine Erlebnisse richtig deuten und einen klaren Blick für die Zukunft bekommst. Vielleicht ist es eine Prophezeiung in deinen Träumen und Visionen, damit du Erlebnisse der Vergangenheit besser einschätzen, verarbeiten und vergeben kannst. Mit seiner Energie erlebst du sanft und harmonisch, wie deine Veränderungen vonstatten gehen. Wenn du deine Vergangenheit bereinigen willst, rufe Ers Engel Jeremiel, indem du sagst, Bitte hilf mir, meine Vergangenheit zu bereinigen, denn sie haften negativ an mir. Gib mir die Gnade, wieder im Reinen zu sein und die Kraft zu haben, in Zukunft voller Zuversicht leben zu können. Und auf dein Leben zurückblicken zu können, begib dich an einen Ort, wo du nicht gestört bist. Bitte Jeremiel, an deine Seite zu treten und dir bei deinem Lebensrückblick zu helfen. Dann kannst du erkennen, was du loslassen möchtest, welche Lektionen du noch lernen musst und wofür du dankbar sein solltest. Du wirst erstaunt sein, denn dir wird klar, wo du gerade jetzt, jetzt in diesem Augenblick stehst. Dann bist du auch nicht das Opfer, auch wenn deine Situation schwierig im Moment sein mag. Du fühlst dich nicht mehr machtlos und schwach, weil du gemeinsam mit Jeremiel in der Lage bist, Lösungen zu finden. Du trägst deinen Rucksack, gefüllt mit deinen negativen Erlebnissen und Einflüssen auf deinem Rücken. Und Erzengel Jeremiel ist in kraftvoller Präsenz bei dir. Gemeinsam gehst du mit ihm den Weg hinauf, hinauf zu einem Hügel und deine Schritte werden immer schwerer. Dann spürst du seine Hand auf deiner Schulter und siehst in der Ferne plötzlich ein Feuer leuchten. Eine wundervolle Geborgenheit kommt über dich und du merkst, wie dein Rucksack immer leichter wird. Dann nimmst du den Rucksack von deiner Schulter und mit voller Entschlossenheit wirfst du ihn in das Feuer. Mit einem feinen Luftzug kommt eine weiße Taube und du spürst plötzlich einen wundervollen Frieden in dir. Gefühle der Stille Gefühle der Stille Gefühle der Stille In unendlicher Weide Und neue, wunderbare Kraft Merkst du in dir Nun weißt du, dass du losgelassen hast Danke Jeremiel für deine Gnade Für seine Gnade Für die Gnade, die er dir gegeben hat Und gehe in neuer Kraft und Energie in dein neues Leben Befreit von deiner negativen Vergangenheit Lebe dieses neue Leben Im Bewusstsein Und Dass du Herzengel Jeremiel Immer wieder anrufen kannst Alles wird gut In Liebe Deria Die Gnade Die Gnade Die Gnade Die Gnade Die Gnade